Ohne Maske würde Rudi Kleinpass ziemlich oft aufhören zu atmen. Er hat eine Schlafapnoe. Wie oft reinigen Sie das? Also zwischen zwei und dreimal in der Woche muss man es schon machen. Man merkt auch da sehr schnell, wenn die Maske so ein bisschen anfängt zu verunreinigen, hat man immer das Gefühl, die ist feucht, die hat so eine gewisse Feuchtigkeit. Und dann hat man auch das Gefühl, sie rutscht über die Haut ein bisschen und dann ist das halt so. Und das ist nicht ganz so gut. Das reicht jetzt schon. Aber lästig ist das schon, ne? Also es ist wirklich richtig lästig. Man muss die Pflege eigentlich auch machen und man darf es nicht vergessen. Also das ganze Thema Maske ist eigentlich nicht ganz so erfreulich. Jetzt sieht es ein bisschen komisch aus, aber wenn man es jetzt mal so einfach lämmt, kommt die Maske so davor. Haben Sie es selber schon mal so gesehen? Ja, natürlich. Ich habe mich oft schon so gesehen. Das sieht fürchterlich aus. Also meine Frau sagt immer, erotisch ist was anderes. Aber das sieht nun wirklich so. Das sieht also wirklich Katastrophe aus. Jetzt ist es ja nur die Masse jetzt. Müssen Sie sich vorstellen, da sind ja auch die ganzen Bänder dran. Jetzt hat man halt die Bänder noch da und also schön ist es nicht, ne? Also nochmal einmal so. Und das ist dann halt, also man kann da richtig durchatmen, aber kann sich der Laie gar nicht vorstellen, dass man damit einschlafen kann. Sie müssen sich einfach vorstellen, Sie sitzen in einem Phantomjäger und sind der Pilot und ziehen sich dieses Ding auf die Nase. Die sehen ganz genauso aus. Oder ähnlich. Und die sehen cool aus. Die sehen cool aus. Und dann sage ich zu meiner Frau, ich mache jetzt, sage ich immer, das mal ran, irgendwo muss man sich das Ding ja, da muss man ja überleben damit, ne? Also, ist so. Wer Schlafapnoe hat, schnarcht auch. Darunter hat Ehefrau Claudia Kleinpass viele Jahre gelitten. Warum legen die Sachen auf der Heizung? Die sehen ich an. Ich habe die aber schon angemacht. Seit ihr Mann die Überdruckmaske trägt, teilen beide wieder gemeinsam das Bett. Ohne die mechanische Hilfe flattert das Gaumensegel von Rudi Kleinpass und im Zimmer wird es unerträglich laut. Der Schnarcher selbst bekommt davon nichts mit. Wie klang das, als ihr Mann geschnarcht hatte? Oh, ich möchte das jetzt nicht unbedingt nachmachen. Also war schon ziemlich laut. Es war teilweise so, dass die Mädchen, wenn die nachts nach Hause gekommen sind, den Vater schon in der Diele gehört haben. Also richtig gesägt. Ja, richtig gesägt. Also der Timurbestandgehalt war mehr als erstaunlich, würde ich mal sagen. Aber da ärgert man sich auch irgendwann als Partner, ne? Ja, besonders dann, wenn man selber nicht so gut schläft. Man hat ja selber auch mal Phasen, wo man nicht so gut schläft. Wenn man selber schläft, ist das kein Thema. Aber wenn man dann selber schon überlegt, naja, schläfst du heute Nacht oder nicht und dann liegt da schon jemand. Ich habe dann irgendwann mal versucht, später ins Bett zu gehen. Aber wenn dann schon jemand da liegt und schwer beschäftigt ist, dann macht das echt keinen Spaß. Da kommen ja tolle Tipps. Wir haben ja zwischendurch zeitlich mal von Freunden einen Tipp gekriegt. Man sollte dann pfeifen nachts. Ja, der beste Tipp war diese Mundbewegung. Man sollte machen. Das hat aber auch nichts genutzt. Ja, vor allem, wenn man dann nachts im Bett sitzt und denkt, ich soll jetzt dieses hier machen. Dann ist erst mal Lachen angesagt und sonst gar nichts. Jetzt lacht man so darüber, aber wenn man in der Situation drinsteckt, ist das fürchterlich, ne? Man kriegt ja Mordgelüste. Sag ich jetzt mal einfach so platt. Im Schlaflabor kam dann die Diagnose. Schlafapnoe. Plötzlich ging es um mehr als nur um die Nachtruhe. Herz und Kreislauf werden extrem belastet. Betroffene können daran sogar sterben. Also die Ärztin im Schlaflabor war da sehr, also direkt in dieser Form, ne? Der hat das also sehr plakativ dargestellt, hat gesagt, passen Sie mal auf, so und so sieht das beim normalen Menschen aus, so und so sieht das aus. Und dann hat sie mir ein drittes Bild gezeigt und wissen Sie, was das ist? Ich habe gesagt, nein, weiß ich jetzt, das ist ja tot, wenn wir da nichts gegen tun. Und das hat wirklich mich umgehauen, ne? Lebensretter ist die Atemmaske. Seit der Ingenieur sie nachts trägt, ist er auch tagsüber wieder fit. Doch das Gerät raubt ihm die Lebensqualität. Dann hat er seine Frau von einer neuen Therapie im Essener Knappschaftskrankenhaus. Das Digi-Redu erfanden Australiens Ureinwohner. Vor vier Jahren entdeckten Schweizer Ärzte, Digi-Redu-Spieler schnarchen weniger und haben seltener Atemstillstände. Wie anstrengend ist das? Wie anstrengend das ist mittlerweile gar nicht mehr. Ich kann mich zu Hause dabei absolut entspannen. Ich kann gar nicht mehr aufhören und habe das Gefühl, das hat schon so ein bisschen so ein Potenzial. Du musst etwas aufpassen. Aber ich will es ja üben und das hat ja auch einen Zweck. Wenn ihr im Sitzen spielt, achtet auch drauf, es ist eigentlich nicht so sinnvoll, mit überschlagenen Beinen zu spielen. Kann man machen, aber sinnvoll aus Sicht der Atempädagogik ist es nicht. Eigentlich locker die Beine auf die Erde. Dann wieder gucken, diese Aufrichtung fängt am Becken an. Dann nicht zu sehr hier in diese Hab-8-Haltung, nicht die Fernsehhaltung. Okay, dann hätte ich die Bitte, dass jeder mal einzeln kurz anspielt. Gibt es heute Freiwillige, die anfangen möchten? Ja, sehr schön. Gut. Gab es bei dir Sachen, die zu Hause aufgetreten sind? Eigentlich keine Besonderheiten. Okay. Kursleiter Marc Iwazkiewicz tritt seit Jahren mit dem Didgeridoo auf Festivals auf. Und erstmal wirklich nur diesen Rhythmus immer wieder probieren. An vier Sonntagen treffen sich die Extremschnarcher. 600 Euro kostet der Kurs. Die Krankenkassen zahlen dafür nicht. Warum macht der Meister? Aber am Anfang ist man kein Meister. Man darf nur nicht aufgehen. Nur weitermachen, einfach mal. Oder Spaß machen. Und das macht jetzt mehr Spaß als alle anderen. Sie klammern sich an eine Schweizer Studie. Regelmäßiges Üben hat danach manchen geholfen. Einige konnten sogar auf die Schlafmaske verzichten. Warum es wirkt, erklärt die Studie nicht. Möglicherweise trainiert es das schlaffe Gaumensegel. Jedenfalls lockt es neugierige Besucher an. Das ist ja super. Das ist ja wie Alphornblasen. Und die Luft anhalten und ausatmen. Das sind Musikinstrumente. Super. Wunderschön. Hat Sie das nicht schon gewundert, dass hier so was rauskommt? Ja, also hier wundert mich gar nichts mehr. Hier sind so viele Dinge, die ich immer wieder neu erleben kann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020